Guten Tag, werdet ihr? Folgendes. Kleiner Bericht. Mir ist Post zugekommen worden. Mir ist Post gestern gebracht worden, von jemandem, der extra was bezahlt hat, damit er gefahren wird, damit er mir die Post bringt, nicht von mir. Hat es in den Briefkasten geschmissen und dann wollte er es heute wieder holen. Da war die Post angeblich gar nicht da. Du kannst dreimal fragen, was hier drin ist oder drin war. Wie merkst du das? Diese Gestalten kommen von der Sekte, die meine Post öfters abzuschalten suchen. Und was fanden sie jetzt witzig? Ich habe auch nicht währenddessen gegrinst, währenddessen ich gefragt habe, ich grinse nie. Weil es aktuell noch nichts zum Grinsen gibt. Der ewige Friede ist noch nicht hier. Aber diese Viecher sind von einer Satanisten-Sekte. Zumindest erzähle ich die erst seit ein paar Wochen. Sind mittlerweile schon sechs, sie machen, oder? Zu Satanisten hinzu. Wegen 666. Und was BAM bedeutet bisher, oder? Reinstecken, rausziehen. BAM, 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 BAM. Hä? Wider so ein BAM-Text. BAM, 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 BAM. Wie war jetzt die Reaktion auf den BAM-Text? BAM, 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 BAM. Jetzt wieder hat er wieder gelacht, oder? Nein, vorher hat er nicht gelacht. So, dann habt ihr jetzt zwei verschiedene Reaktionsweisen gesehen. Sie vermögen sich die Biche noch zu erweisen. Grinst mal bitte, hm? Sag ich noch, grinst mal bitte? Na, nicht mal bitte machen sie es dann, oder? Doch, haben sie jetzt. Aber das war jetzt nicht wegen der Bitte. Merkt ihr jetzt irgendwas? Damit das Thiret, wenn das Thiret bei mir kein Zufall ist. Auch beim Werten weiten Volk. 800.000 Bekloppte angeblich in Deutschland. Forget it. Alle anderen sind bekloppt. Die glauben, die werden bekloppt. Tompam, tot. Aber das merkt ihr ja hier, oder? Wenn ihr Fragen habt und so weiter, ihr könnt alles in meinen Kampf lesen. Teil 2. Den ersten und so weiter haben sie gehackt und gelöscht. Alle, die haben sie sogar eingebrochen, damit es meine x wie vielen mit, also, der war mindestens ein Wiederholer. Tompam, meine Blöcke, mein Blöcke-Stapel, Blöcke-Stapel. Ist auch geklaut worden. Das war ungefähr, kann man mein Kampf Teil 1 sehen. Plus meine digitalen Notizen, wo es bei Microsoft gehackt haben. Tompam, tot. Diese Frage, wie du so ein BAM-Text, wisst ihr, was das bedeutet, oder? Tompam. Habe ich euch erklärt, aber ihr geht auch angedeutet. Und seit 2017 muss ich es beachten, neben diesem 24-Stunden-Türet, Tompam, tot. 24-Stunden-Stimmen hören, mit welchen berichten. Zur Thematik mit reinstecken, rausziehen. Tompam, tot. Nur einem Grinsen, Tompam, tot. Aber dieses German Grin, weil meine Freundin in Liebe ist eine Jüdin, Tompam, tot. Kommt dieses German Grin mit meinem Gesicht, was dann zu Fratze ist, notiert mit dem scheiß Grinsen. Tompam, tot. Bei diesem Video war ich bloß einmal am Grinsen dabei, das ist das zweite Mal. Tompam, tot. Tompam, tot. Tompam, tot. So, wie du es beendet, ihr wisst jetzt über das T-Rap Bescheid. Tompam, tot. Wenn es mit mir kein Zufall ist, kommentiert es bitte. Danke, ciao, ciao. Also, drei Fragen ganz gerne stellen, wenn ihr alles beantwortet. Und ich schaue dann, ich nehme es auf jetzt. Und danach könnt ihr sehen, wie auf eure Kommentare wird reagiert. Tompam, tot. Das geht natürlich nur, falls ich das nicht vorher schon durchlässe und dann wissen die, was kommt. Aber die werden schon vorher durch, die haben wir selbst zu YouTube. Tompam, tot. Da brauchen wir uns ja bloß schon Aussagen, außer ihr macht ganz viele Kommentare. Da wissen die gar nicht, was ich vorlässe. Aber wenn nur ein Kommentar da steht, dann wissen sie, was ich vorlässe. Tompam, tot. So dann, so dann. Tompam, tot. Haben wir gar gedacht, haben es gar nicht gelacht. Aber ja, haben sie doch Tompam, tot. Und wieder, Aufnahme beendet. Also wer das Volk antwortet. Schreibt mal bitte was und verteilt das Video. Ich bin kein Beklopter. Aber es wird in den Märkten fahren. So dann. So dann. Bei 404 sage ich Bye Bye Bye. Okay, hier we go. Hier we go.